Yo Leute, was geht ab? Ich bin Loco, heute mal ganz alleine in Notruf Hamburg unterwegs. Und ich bin heute im Rettungsdienst. Leute, dann schauen wir doch mal, Leute, wenn wir alles retten können. Ganz wichtig, schafft ihr es zu abonnieren, bevor ich bei ihm hier angekommen bin und den Job angenommen habe? Wir legen los, Leute, in 3, 2, 1 und los. Schafft ihr es? Und zack, ich bin schon da. Ihr könnt schon direkt die Schicht des Rettungsdienst hier nehmen. So sehe ich dann aus. Wir sind heute alleine unterwegs, aber das schaffen wir trotzdem. Wir retten Notruf Hamburg. So, wir rüsten uns hier nochmal ganz schnell aus, dass wir hier auch genug Material haben, wenn wir dann gerufen werden. Wir haben hier auch letztes Mal schon den neuen Wagen freigeschaltet, Leute. Und jetzt sind wir direkt ein bisschen schneller unterwegs. Gucken wir mal, wann der erste Einsatz kommt, ob hier viel los ist. Leute, guckt euch das mal an. Bisher ist zwar noch nichts, aber guckt euch das mal, wie viele Polizisten hier versuchen, die Leute abzukassieren. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr hier nicht zu schnell fahrt, Leute. Da vorne ist ein Feuer ausgebrochen. Solange ich hier niemanden das Leben retten kann, helfe ich doch hier den Feuerwehrleuten. Da vorne ist auch schon ein Kollege von uns. Feuerwehr ist hier schon überall tatkräftig am Start. Wir werden mal hier vorne alles absperren schnell. Hier ist richtig was los. Zack, zack, zack. Leute, was ist denn hier passiert? So, haben wir das mal abgesperrt, damit das hier auch sicher ist für die. Nee, tatsächlich. Was ist hier passiert? Ich komme, um zu retten. Damit er hier wieder schnell erstarrt ist, hier, der Arme. Wird er wahrscheinlich niedergeschossen oder sowas. Och Mann, ey. Kann einem ja schon fast leid tun hier. Aber das kriegen wir ja schnell hin. Habe ich vorhin, glaube ich, sogar irgendwo gesehen. Den armen Junge. Gucken mir seine Haare bekannt vor. Sie sehen fast so aus wie bei mir. Blau ist mein Markenzeichen. Je mehr, desto besser. Es braucht auch nur 5 XP jedes Mal, Leute. Das dauert ja ewig, bis man hier was erreicht hat. Jetzt kommt sie auch noch dazu und nimmt mir was weg. Aber nee, sie überlässt mir das komplett. Das ist sehr nett. Mehr kann ich auch gar nicht für dich machen. Tschüss. Wir fahren da schnell hin, Leute. Ich sehe gerade, wir haben schon einen Satz. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, Zug kommt auch. Aber wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen da schnell rüber, Leute. So, jetzt fahren wir hier. Weichen noch schnell den Schranken hier vorne aus. Oh. Wo ist hier denn jemand? Hä? Hilfe, hallo. Da hinten sehe ich auf jeden Fall auch Polizei. Schießen. Da ist hier niemanden liegen, glaube ich, bisher. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Auch hier jemand meine Hilfe? Ich habe so das Gefühl nicht, Leute. Aber das ist doch hier angegeben auch. Hm, bin ich zu spät und der ist schon weg? Hat sich ausgelockt. Das kann natürlich sein. Ich sehe auf jeden Fall keinen mehr. Fahren wir mal weiter. Ja, Leute, hier wird schon richtig geschossen wieder. Oh nein, er pflichtet. Pflichtet. Nee, er versucht, ihn nochmal in der Radarfalle abzuziehen. Ah, Mann, nee. Herr Kommissar, ich habe ihn. Kommissar, schnell. Ich gehe hier irgendwie noch ein bisschen heilen. Nee, kann ich nicht. Okay. Da hat er schnell zum Notruf gesendet. Ich fahre da jetzt richtig, richtig flott hinzu. Schnell mein Wagen ist natürlich zulässt, Leute. Das ist doch mal die Person, mit der wir... Ihr Wagen haben wir übrigens nicht rausgekriegt. Ups. Aber das ist kein Problem. Da helfen wir nochmal schnell mit, Leute. Da nehmen wir nochmal was mit. Oh, jetzt hat er sich ausgelockt, Leute. Ich glaube... Oh, Mann. Ich habe gerade einen richtigen fetten Umfall gebaut. Ich wollte eigentlich genau hier hin, habe aber gar nicht gemerkt, dass das hier unten ist, Leute. Das ist ja mega gefährlich. Leute, wir werden hier mal ein bisschen absperren. Wir stellen das mal kurz hier hin, Leute. Wir stellen mir hier ein paar Kegel vor. Weil er aufpassen sollte, wenn man hier langfährt. Das ist ja wirklich lebensgefährlich hier. Kommt doch schon die Feuerwehr. Ja, die fährt auch schon rein. So, und dann sehen wir mal, wie das hier weggemacht wird. Mach's erst gut, Mann. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Leider nicht. Da haben wir schon wieder einen Einsatz, Freunde. Ich versuche mal wieder so schnell es geht, da hinzukommen. Aber wir scheinen ein bisschen weiter weg zu sein. Ich hoffe, der verlässt dich. Den haben wir, glaube ich, schon zweimal hochgekommen, Leute. Also zumindest einmal auf jeden Fall. Der hat wohl richtig Action heute. Anthony, mein Freund hier. Was ist bei dir denn passiert? Erst mal eine Bandage. Die bringt nämlich mehr XP. Das ist ja auch irgendwie von was leben hier, ne? Aber dich kriegen wir natürlich auch wieder flott, ne? Haben sie den Farmshop ausgeraubt? Haben sie dich gleich mit über den Haufen geschossen? Oh Mann, ey. Du Armer. Aber dich kriegen wir auch schnell wieder hin. Keine Sorge. Schnell wieder auf allen zwei Beinen hier. Und dann kannst du hier weiter Verbrecher jagen. Ich muss auch gleich mal gucken. Nicht, dass ich gar nicht mehr genug Infusion habe hier. Oh, wer bist du denn? Hallo. Bis zu 70, ich habe hier eben Guckung. Drei habe ich noch. Das wohl ausreicht? Ja, das ist okay. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich, ich, äh... Obwohl ich in der Zeit hier... Okay. So. Hab keine mehr. Wir füllen nochmal unsere ganzen Items schnell auf, dass wir hier gleich schnell weiter Leben retten können. Hoppala. So. Zack. Ausgerüstet, ausgerüstet. So. Da sind wir ja schon wieder stark da, Leute. Kann ich das? Nee, erst wenn ich es abgebe. Okay, Leute. Ab geht's. Weitermachen. Und da haben wir auch direkt einen Einsatz vorne bei der Bank. Seht ihr, hört schon die Schießerei hier vorne. Hier ist ja richtig was los. Zum Glück habe ich gerade frisch aufgefüllt, Leute. Ist hier noch irgendwer, der Hilfe braucht hier? Du, oder? Ja, kein Ding, Kollege. Oh, hoppala. Ich wollte dich nicht umfallen lassen. So. Ist hier noch irgendwer? Ich glaube, hier waren doch eigentlich zwei, hatte ich das Gefühl, oder? Hm, stimmt wirklich. Da stehst du schon wieder. Das ist doch alles nur halb so schlimm hier. Ich hatte doch nicht so viele Gedanken. So, Leute. Damit haben wir den auch schon wieder gerettet. Gucken wir mal gerade hier vorne. Da hinten ist das. Und da vorne liegt schon wieder tatsächlich unser Goodword. Ach, Mann. Der Hammer hat es heute echt nicht einfach. Aber es ist kein Problem. Ich hole dich wieder hoch. Bin ja wieder voll ausgerüstet. Kein Thema. Was hier wohl wieder passiert ist. Gibt es hier wieder irgendwie anders? Nee. Leider nicht. Aber das war doch schon wieder richtig erfolgreich, Leute. Jetzt geht das doch hier richtig voran. Dauerte nur ein bisschen. Ja. So. Dann haben wir es doch gleich schon geschafft. So. Er ist auch wieder geheilt und kann wieder losziehen. Wir gucken mal, ist hier irgendwas passiert in der Zeit. Nee. Nee. Die beiden waren hier. Also der andere wird sich ausgelockt haben. Nicht so schlimm, Leute. Dann finden wir den nächsten. Was geht denn hier vorne? Ja. Der kommt auch. Was ist hier denn jetzt los? Was bist du denn? Hi. Hier ist auch schon wieder richtig was los, Leute. Hier ist es wieder richtig Action. Ich sehe schon Schüsse davor. Wir haben Notruf Hamburg heute wieder mehr als einmal gerettet. Ich hoffe, die Kriminellen haben uns gedankt. Und die Polizisten genauso. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf das Video. Ich glaube in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Langsam fängt die Weihnachtszeit ja auch an. Vielleicht habt ihr da Lust, auch irgendwie ein Special zu sehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute.